Die Romanverfilmung The Informer erzählt die Geschichte eines ehemaligen Soldaten, der im Knast landet. Damit er zu seiner Familie zurückkehren kann, soll er für das FBI-Undercover den Drogenhandel der polnischen Mafia aus dem Gefängnis heraus infiltrieren. Ein spannender Thriller mit House of Cards-Star Joel Kinnaman und Ex-Bond-Girl Rosamund Pike. Starczyk hat mir erzählt, der Kopf hat die Waffe auf dein Gesicht gerichtet. Du schuldest, Leutek nun dein Leben. Sag, wie viel ist dein Leben wert?